Wenn ich schon noch Vlog 2 gesagt habe, ja der Teil ist ein Plastvlog, du hast wirklich schnell, wenn ich Videomaterial da, wenn es da geht, wahrscheinlich zwei bis drei Minuten ist, trotzdem für was machst du für den Support. Wir machen 11 Uhr, wir sind um 9 Uhr plus minus 8, wir fährt um 9 Uhr abgestanden. Wir sind um einen Flaschkopf, der halt 40 Minuten vom Preis vor ist. Wir sind in 10 Uhr auch gestartet, durch die Rundenschnecke habe ich schnelles gesnackt, weil das Challenge 10 Stunden lang flüssig ernährt und nicht sauer, weil wir werden halt auf der Plastik bis unten dringend gehen und du gehst schon wenig zu essen. Ja, ich bin vielleicht schon bei der Fresse erkannt, ein bisschen motiviert, Sonnebrand, hat eigentlich einen hofischer Schutzfaktor mitgegönnt, geil, assi. Ja, wir sind gerade auf der Autobahn und das ist accident geschehen und das Wichtigste, bei der Sonne hat heute also eine Luther-Pote abgerichtet, ganz wichtig, ganz wichtig. Die rechte Spur verwenden? Die Rot-Toma hat, oder die Lef mit Ampel, ob das WB-Malsstandort eigentlich dazu wird, und zwar geht es auf den oben, top hier. Der Raps. Der Raps. Der Raps. Der Raps. Der Raps. Raps. Inhallen. Okay, 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 ja, ja. Joa, das war eigentlich. Na ja, an dem Raps gerade rageknallt. Der Raps. Der Raps. Der Raps hat mir bis heute wieder abgeknaut oder sowas. Alles easy, was ist denn so zu wollen? Der Raps hat mir zu mir zu lassen und ich will, der Raps, der Raps hat mir zu mir zu bekommen. Ja, Prost. So they never downsize, I got visions of my mom saying, wait, this house is mine Can't lie, I'm on Angus Cloud 9, I got him on the bandwagon now, about time I ain't even got no downtime, every time I speak she say, yeah, that sounds fine I been a, throw up the, sex in a, uh-huh And I can put you in I can put you in I been a, throw up the, sex in a, uh-huh And I can put you in I can put you in